Stehst du mehr auf die kreative Atmosphäre Melbournes, das sonnig entspannte Flair Brisbins oder magst du die geschäftige Hektik von Sydney? In diesem Video kannst du rausfinden, welche australische Stadt am besten zu dir passt. Mein Name ist Chris, geboren und aufgewachsen in Deutschland, jetzt seit mehr als 15 Jahren in Australien und abonniert gerne diesen Kanal, wenn euch das echte Leben in Australien interessiert. So, möchtest du nach Australien reisen oder auswandern oder mal ein Jahr hier verbringen, aber weißt nicht wohin, in diesem Video stelle ich dir die 10 größten und wichtigsten Städte Australiens vor. Acht davon sind auch gleichzeitig die Hauptstädte der Bundesstaaten. Warum das wichtig ist? Naja, die Städte sind unglaublich unterschiedlich und wenn man in die falsche Ecke zieht, dann kann der Traum von Australien auch schnell platzen. Bevor wir mit den 10 Städten loslegen, noch ein kurzer Hinweis. Die meisten Menschen in Australien, so ungefähr 86 Prozent, leben in den Städten. Aber 14 Prozent leben eben auch außerhalb der Städte. Und die unterscheiden sich natürlich krass. Hier gibt es auch heute noch Cowboys, Crocodile, Wranglers, indigene Völker, die ihre Kultur feiern, Rodeos und Countryfairs. Aber heute geht es um die Städte und auch da gibt es wichtige Unterschiede. Wir fangen einfach mal an im Nordosten, in Cairns. Cairns ist eine Stadt in Nord-Queensland, etwa 150.000 Einwohner und hier ist es im Sommer sehr schwül, sehr heiß, sehr tropisch. Cairns hat ein tolles Meer, tolle Strände, aber auch Krokodile, Würfelquallen und viele Pythons, auch wenn die für die Menschen eher ungefährlich sind. Es gibt sehr schöne kleine Städte im Umkreis wie Port Douglas und eine nette Kombination aus Regenwald, Küste, Strand und Stadt. Sehr touristische Gegend, viele Highlights für Besucher, auch viele Deutsche sind hier unterwegs und es gibt auch eine gute Infrastruktur für WHVler. Generell sehr viel zu erkunden und Cairns gilt auch als das Tor zum Great Barrier Reef und zum Regenwald von Far North Queensland. Die Stadt an sich hat eine entspannte Atmosphäre, die von ihrer Lage am Meer und eben auch der tropischen Umgebung geprägt ist. Zieht Taucher und Schnorchler an, die natürlich vor allem das Riff erkunden wollen und kleiner Exkurs zu den Riff-Touren. Jeder von euch, der schon mal diese 50-Dollar-Billigtour nach Green Island gemacht hat von Cairns, der weiß, wovon ich rede. Da ist Tauchen in eurer Badewanne wahrscheinlich spannender. Also wenn ihr eine Riff-Tour macht, dann nehmt auch ordentlich Geld in die Hand, sonst könnt ihr es euch auch sparen. Cairns ist ein Ausgangspunkt für Abenteuer im Daintree-Regenwald oder auf den Everton Tablelands und die Stadt ist auch für ihre lebendige Esplanade bekannt, beziehungsweise auf Deutsch heißt das ja nicht Esplanade, sondern Promenade, genau. Die Strandpromenade. Da gibt es Cafés, Geschäfte und ist einfach sehr nice da oben. Okay, etwas weiter südlich ist Brisbane. 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 2,6 Millionen Einwohner, Hauptstadt von Queensland. Hier lebe ich, deswegen ist natürlich völlig ausgeschlossen, dass ich Brisbane zu positiven Licht erscheinen lasse. Naja, auf jeden Fall ist das eine am Fluss gelegene, aufstrebende Metropole mit großem Einzugsgebiet. Richtiges Boomtown, die Bevölkerung wächst hier sehr, sehr stark. Hat sich aber auch gleichzeitig den historischen Charme durch viele Viertel mit alten Holzhäuschen noch bewahrt. Ist sehr hüglich, gibt viele Häuser mit Panorama auf den Fluss oder aufs Meer, gibt Wälder, gibt das Meer und rumherum befinden sich tolle Nationalparks. Der CBD, die Innenstadt, ist auch sehr belebt. Es gibt keine Stadt in Australien, wo so viele Menschen in der Innenstadt nicht nur wohnen, sondern auch arbeiten. Und dann haben wir natürlich die Gold Coast und die Sunshine Coast direkt in der Nähe. Das ist also schon Wahnsinn, wie schnell man hier wirklich an Stränden ist von Brisbane aus, für die andere Leute eben 10.000 Euro ausgeben für eine Reise aus Deutschland, um hier einmal hinzukommen. Ich bin ja sehr großer Brisbane-Fan und ich kann die Stadt eigentlich gar nicht genug loben. Wart ihr schon mal hier in Brisbane? Hat es euch gefallen? Dann lasst du mal einen Kommentar. Vor allem, wenn es euch gefallen hat. Nicht, wenn es euch nicht gefallen hat. Sydney jetzt als nächstes, weiter an der Küste runter. 5,3 Millionen Einwohner, also mehr als Berlin. Das ist einfach eine etablierte, große, bunte Stadt mit all den Vor- und Nachteilen, die so eine Megastadt einfach hat. Es gibt Problemviertel, es gibt Schmutzecken, es gibt viel, viel Verkehr. Aber es gibt natürlich auch absolut geile Wohnviertel. Es gibt große Sehenswürdigkeiten. Und wenn man nach Sydney fährt, ist es einfach ganz wichtig zu wissen, gerade wenn ihr da für ein paar Monate seid oder noch länger, dass ihr einfach wisst, in welcher Ecke Sydney ist, ihr wohnt. Weil es dauert, Ewigkeiten von Nord nach Ost und von Süd nach Nord zu kommen. Also schaut gut, wo ihr hinfahrt und was so im Umkreis von 25 Minuten von eurem Wohnort ist. Ganz guter Tipp noch, zwei Stunden von Sydney entfernt sind die legendären Blue Mountains. Nichts, dass es super sehenswert zum Wandern oder einfach nur, um die Städte sich da oben anzuschauen. Echt toll. Aber Sydney ist teuer, ganz egal, ob es Gastronomie ist oder Immobilienpreise. Es ist die teuerste Stadt Australiens, aber es ist auch die Stadt mit den höchsten Gehältern. Der Durchschnitt liegt bei 80.000 Dollar im Jahr als Gehalt. Ich werde das für einige andere Städte später auch noch nennen, damit ihr so ein bisschen einen Vergleich bekommt. Ein Wort noch zu Bondi Beach, berühmtes Verstand Australiens in Sydney. Sydney, naja, okay, geht so. Ist ganz nett, ist ikonisch, aber es gibt sicherlich viele, viele Strände in West-Australia zum Beispiel oder in Queensland, die viel, viel schöner sind. Sydney ist halt einfach das Finanz-, Handels- und Tourismuszentrum von Australien. Es ist eine Weltstadt. Das ist vergleichbar mit London zum Beispiel oder New York. Das merkt ihr halt auch einfach. Das ist hektisch. Da ist immer was los und das muss man mögen. Aber wenn man es mag, dann ist es ziemlich gut. Schauen wir uns nun in Melbourne, oben noch etwas weiter südlich. Diese Stadt hat einen sehr kreativen Vibe, gilt auch als europäisch der aller australischen Städte und ist vor allem für die kulturelle Vielfalt und die sehr lebendige Kulturszene bekannt. Hier leben jetzt schon 5,1 Millionen Menschen und wahrscheinlich wird Melbourne in neun bis zehn Jahren die größte Stadt Australiens sein und dann Sydney überholt haben. Melbourne ist ein bisschen ruhiger als Sydney, aber hat eine sehr pulsierende Energie, hat viele sehr positive Vibes und ist auch sehr berühmt einfach für alles, was mit Kunst zu tun hat. Also für Straßenkunstwerke, lebhafte Märkte und ein sehr großes gastronomisches Angebot von kleinen Cafés bis hin zu Sternerestaurants. Das ist also alles dabei. Ich möchte noch die Laneway Culture erwähnen. Das ist ein Netzwerk von kleinen Gassen und Straßen in Melbourne. Sehr charakteristisch für die Stadt und diese Straßen beherbergende Fülle von versteckten Bars und Boutiquen und Galerien und so weiter. Sehr, sehr nett, sich da umzuschauen. Auch die Architektur der Stadt ist vielfältig, von viktorianischen Gebäuden bis hin zu Wolkenkratzern. Ein richtiges Skyline hat die Stadt. Also ist schon einiges los. Und ich denke mal, die meisten Europäer werden sich in Melbourne relativ wohlfühlen, weil es, wie gesagt, ein bisschen an die Städte in Europa auch erinnert. Sehr grün ist die Stadt auch. Es gibt den Royal Botanic Garden, es gibt die Fitzroy Gardens. Also Ruhe und Erholung innerhalb des städtischen Trubels wird da auch geboten. Insgesamt, wie gesagt, eine sehr dynamische Stadt, zieht kreative Köpfe an, zieht Kulturbegeisterte an und einfach Menschen aus allen Lebensbereichen. Also die meisten Migranten gehen halt entweder nach Sydney oder nach Melbourne erst mal am Anfang. Okay. Jetzt wird es dörflicher. Wir gehen nämlich nach Adelaide in Südaustralien. 1,4 Millionen Einwohner leben hier, aber es ist ein riesengroßes Dorf Adelaide und hat manchmal das Gefühl, jeder kennt jeden. Die Stadt ist für ihre sehr breiten Straßen, ihre Boulevards bekannt und die Lebensqualität ist generell sehr hoch. Es geht deutlich gemächlicher zu als in Melbourne und in Sydney und besonders bekannt ist Adelaide für seine florierende Weinszene mit zahlreichen Weinbergen in den umliegenden Hügeln, gibt ein sehr angenehmes mediterranes Klima, schöne Parks und schöne Gärten und die Lebenshaltungskosten sind im Vergleich zu Sydney und Melbourne deutlich geringer. Es gibt ein starkes Gefühl des Zusammenhalts, weil man eben ein bisschen isoliert ist von den anderen Städten. Aber man verdient auch ein bisschen weniger, im Schnitt etwa 10.000 Dollar weniger als in Sydney. Adelaide ist auch bekannt für die Festivals, wie das Adelaide Fringe, das ist das weltweit zweitgrößte jährliche Kulturfestival und dann gibt es noch das Adelaide Festival of Arts. Insgesamt eine nette, ruhigere Stadt, die aber auf jeden Fall lebenswert ist. So, jetzt geht es nach Canbryans Inland mit 450.000 Einwohnern. Das ist ja eine perfekt durchgeplante Stadt, die wurde ja praktisch am Reißbrett geplant, und dann genauso gebaut. Fühlt sich ein bisschen künstlich an, wenn man da lebt, ist eigentlich sehr unaustralisch, aber die Lebensqualität ist auch hammerhoch, weil die Stadt eben einfach so sauber ist und gut geplant. Es gibt keine Staus, es gibt ein perfektes Netzwerk von Fahrradwegen, von Fußwegen, öffentliche Personennahverkehr gut aufgebaut, Natur rundherum, wirklich sehr, sehr schön. Und hier ist ja auch die Regierung, hier gibt es eine reiche kulturelle Szene mit Museen, mit Kunstgalerien, Veranstaltungen, viele, viele Freizeitmöglichkeiten. Und eben, weil es die Hauptstadt ist, gibt es natürlich auch viele Menschen, die gute Jobs haben. Das heißt, das Einkommen ist hoch, man hat ein bisschen weniger soziale Probleme und so weiter. Ja, es ist ein bisschen heile Welt dort. Also, klingt vielleicht jetzt nicht so inspirierend, aber Canberra ist auf jeden Fall sehr lebenswert. Wenn ihr aber wenig Zeit habt in Australien und eine kurze Reise macht, dann könnt ihr euch das auch erstmal sparen. Okay, nach Perth jetzt, nach Westaustralien, 2,2 Millionen Einwohner. Perth ist sehr isoliert von den anderen Städten an der Ostküste, liegt also mehr dran an Singapur als an einer australischen Großstadt. Ist sehr entspannte Stadt, hat eine recht atemberaubende Küstenlandschaft und ist einfach bekannt für sein sonniges Klima, weite Strände, entspannte Atmosphäre. Die Swan River Vorschau, die erstreckt sich entlang des Flusses, bietet zahlreiche Freizeitmöglichkeiten zum Radfahren, Spazierengehen und Picknicken. Also, Perth ist auch für Weinliebhaber sehr schön mit dem Swan Valley in der Nähe und die Stadt beherbergt auch eine blühende Kulturszene mit vielen Galerien, Theater, Musikveranstaltungen. Vielleicht noch schöner als Perth ist die Region um Perth. Sowohl nach Norden als auch nach Süden raus gibt es wirklich tolle Möglichkeiten, Rundfahrten zu machen. Also, wenn es sich für euch anbietet, eure Reise nach Australien in Perth zu beginnen, da werdet ihr euch auf jeden Fall nicht langweilen. WA, der Staat Westaustralien, hat schon sehr, sehr viel zu bieten. Jobmäßig geht da auch einiges, vor allem wegen des Bergbaus. Wobei das immer ein bisschen boom und bust ist. In guten Zeiten geht es da sehr gut und in lauen Zeiten ist die Stimmung halt nicht so doll. Okay, wir kommen nach Darwin. Ins Northern Territory nur 140.000 Einwohner, aber es ist die Hauptstadt des Northern Territories. Ist ja sowieso ein extremer Staat. Ich meine, es ist viermal so groß wie Deutschland von der Fläche und es leben gerade mal 250.000 Leute da. Es ist halt schon einfach hammerleer da oben. Ja, Darwin ist vor allem bekannt für die tropischen Strände, schöne Sonnenuntergänge und einfach das warme Klima, das das ganze Jahr herrscht. Und es ist natürlich auch Ausgangspunkt für viele entspannte Ausflugsmöglichkeiten zu den Nationalparks im Northern Territory. Oder vielleicht wollt ihr auch mit dem Zug ganz von Norden nach Süden fahren, mit dem Garn. Auch eine schöne Sache. Die Umgebung von Darwin ist sehr, sehr reich an Naturwundern. Kakadu-Nationalpark zum Beispiel, Litchfield-Nationalpark. Wenn man sich in der Stadt selbst umschaut, gibt es da eine sehr schöne Promenade mit Cafés, Restaurants und Märkten und herrlicher Blick aufs Meer. Ist sehr, sehr entspannt dort oben. Ist erstaunlicherweise sehr multikulturell. Gibt viele ethnische Communities. Das hat sich auch in der Gastro-Szene niedergeschlagen. Sehr viele leckere Restaurants. Ausgangspunkt für Abenteuer am Outpack. Möglichkeiten zum Angeln, Segeln, Kajak fahren. Also in Darwin kann man auf jeden Fall gut leben. Aber Wetter im Sommer ist halt echt rough, falls einfach so heiß und feucht ist. Das gilt auch für Kerns, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn ihr darüber nachdenkt, in diese Städte dauerhaft zu ziehen, müsst ihr einen Sommer erstmal dort testwohnen. Das ist einfach zu krass. Und vielleicht haltet ihr es einfach nicht aus. Also da müsst ihr euch auf jeden Fall vorher drüber informieren und das vorher mal erleben. Jetzt kommen wir nach Alice Springs. 26.000 Einwohner. Also eigentlich nur ein Dorf. Liegt ja mitten im roten Zentrum Australiens. Dem Herz des Kontinents und weit weg von allem anderen. Es ist die kleinste der Städte, die wir heute vorstellen. Aber sie ist halt auch sehr bekannt, weil sie eben in der Nähe vom Uluru liegt. Früher als Ayers Rock bekannt. Und die größeren Städte, also Darwin im Norden und Adelaide im Süden, sind jeweils rund 1500 Kilometer entfernt. Also es ist schon wirklich extreme Isolation. Liegt mitten in der endlosen Weite der Wüste. Ein Flug nach Brisbane dauert drei Stunden. Und den größten Teil dieser Fluge schaut man halt wirklich nur auf rote Erde. Also sehr weit abgelegen. Eine Stadt der Extreme. Wir haben klimatische und geografische Isolation. Wir haben auch eine interessante soziale Komposition, wo die indigenen Völker eine große Rolle spielen. Ganz einfach ist das nicht. Also wenn ihr dort in Alice Springs unterwegs seid, werdet ihr sehr viele indigene Menschen sehen, die obdachlos sind und ein offensichtliches Drogenproblem haben. Das gehört da leider auch dazu. Das ist so ein ungelöstes Problem in Australien. Es gibt viele schöne Dinge trotzdem in Alice Springs. Kunst, Musik, lokale Veranstaltungen und natürlich einfach wahnsinnig viel Möglichkeit im Umland was zu machen. Naturliebhaber kommen da wirklich voll auf ihre Kosten. Es ist Ausgangspunkt für die krassesten Landschaften. Also Oluro-Katatuta-Nationalpark, Kings Canyon, was jetzt Wataka heißt, oder die McDonald Ranges. Das sind einfach absolute Naturwunder, bieten atemberaubende Aussichten, krasse geologische Formationen, Tiere und Pflanzen, die ihr noch nie gesehen habt. Kann man wirklich nur sehr empfehlen. Leider sind Flüge nach Alice Springs sehr, sehr teuer geworden. Aber vielleicht habt ihr so die Möglichkeit, im Rahmen einer Autofahrt da hinzukommen. Dann könnt ihr euch diese Ausgabe auf jeden Fall sparen. Was man noch sagen muss, hat Alice Springs im Vergleich zu anderen australischen Städten eine höhere Kriminalitätsrate. Insbesondere in Bezug auf Diebstahl, häusliche Gewalt und Alkoholmissbrauch. Und einige Bereiche der Stadt, die können als unsicher angesehen werden. Insbesondere nachts und insbesondere in den abgelegenen Gebieten. So oder so, die Stadt fällt auf jeden Fall auf unserer Liste heute durch ihre besonderen Herausforderungen auf. Und ja, wenn ihr genug Interesse habt, dann drehe ich darüber mein eigenes Video. Hinterlasst einfach einen Kommentar, wenn das ein Thema für euch wäre. So, was fehlt noch? Es fehlt Tasmanien mit seiner Hauptstadt Hobart. Eine sehr malerische Stadt, wirkt sehr europäisch. Mich hat es immer an irische Kleinstädte erinnert irgendwie. Sehr reich an Geschichte, natürlicher Schönheit. Liegt am Ufer des River Durwand und ist umgeben von diesen Gipfeln der Wellington Range. Also wirklich eine sehr nette kleine Stadt. Historische Gebäude, so Kopfsteinpflaster, sehr nostalgisch. Also können wir sich auch vorstellen, dass da irgendein Mittelalterfilm gedreht wird. Ja, wirklich nett. Wenn ihr mal da seid, Salamanca Place ist ein Viertel, das besonders zu empfehlen ist. Das sind alte Lagerhäuser. Heute ist das vollgestopft mit Kunstgalerien und Boutiquen, Cafés und Restaurants. Hier finden auch die Salamanca Markets statt. Da bieten dann lokale Künstler und Werkler ihre Warenpfeil. Das ist wirklich sehr nett. Hobart liegt ja an einem Hafen und die Hafenfront ist auch sehr sehenswert. Historische Segelschiffe, moderne Yachten, kann man sich da alles anschauen. Oder ihr fahrt einfach mit der Fähre mal den Dörren River entlang. Schaut euch da die Stadt und die Umgebung an. Klimatisch ist das ein gemäßigtes ozeanisches Klima. Und die Sommer sind mild und die Winter sind relativ kühl. Sehr unaustralisch eigentlich. Viele gehen dahin, weil sie diesen Extremtemperaturen der anderen australischen Städte ausweichen möchten. Einfach nicht so einen mega heißen Sommer und nicht so extreme UV-Strahlung. Einfach mal ein bisschen entspannter, ein bisschen moderater leben. Und das kriegt man eben in Hobart. Man sollte aber auch bedenken, dass es auch regnerisch sein kann, vor allem Juni bis August. Also nicht vergessen, dass man da nicht immer rausgehen kann. Auf der anderen Seite gibt es dort sehr viele schöne Cafés, Buchläden, Restaurants. Da kann man sich entsprechend ein bisschen kuschelig einrichten. So, das waren unsere australischen Städte im Schnellvergleich. Welche Stadt hat euch denn jetzt am meisten angesprochen? Habt ihr vielleicht schon eine oder mehrere davon besucht? Vielleicht ganz andere Erfahrungen gemacht als ich? Oder die gleichen Eindrücke erfahren? Schreibt das bitte in die Kommentare. Ich freue mich wie immer über euer Feedback. Danke an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit. Lass dein Abo da und bis bald.